So und weiter geht's mit Let's Play Arcania. Wir haben Kiliens Dämonenwölfe getötet. Und jetzt dürfen wir ihn direkt zur Silverseburg schicken. Kann ich den Pilster mitnehmen? Ja, ein Schattenhäuptling. Hast du die Bestien erschlagen? Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Ich hab mich um die Wölfe gekümmert. Wirklich? Vertrau mir. Gut, dann... dann geh ich zurück zur Burg. Tu das. Na endlich. Ich hab schon gedacht, er holt mir jetzt ewig die Ohren voll. Ah, ist okay. Mit Moin Moin Noi. Sorry, dass ich hier ständig hin und her schalten muss, aber... Ah, ja. Okay. Okay. Alles klar. Ich wollte nur noch was gucken, wo ich bin, wo er die Höhle ist, wo es jetzt zurück geht. Da vorne ist diese durchgeknallte Zauberer. Ich krieg dir mal noch seine Leichenpilze. Ich weiß, das regt ihn voll auf, wenn ich Leichenpilze sag. Leichenpilze, 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 Leichenpinze. Leichenpinze? Auch nicht schlecht. Ich möchte einen Pinsel aus Leichen haben. Die Morcheln! Die Pilze! Hast du sie? Hier sind deine Leichenpilze. Alles, was jetzt noch fehlt, ist ein frischer Totenschädel. Lass dich anschauen. Ja? Dein Kopf wäre ein prächtiger Schädel. Gibt es keinen anderen Schädel als meinen? Natürlich! Natürlich! Hol mir einen vom Schlachtfeld, ja? Schön frisch! Schön frisch! Meinst du einen Schädel wie den hier? Oh ja! Oh ja! Guter Junge! Schöner Schädel! Schön! Sehr schön! Aber wenn ich ihn recht betrachte... Was dann? Dein Schädel ist frischer! Schöner! Ich werde ihn brauchen. Geht das schon wieder los? Ich werde dich einen Kopf kürzer machen, du Spinner! Mein Schädel! Gib mir meinen Schädel! Schädel! Vollkommen durchgeknallter Kerl! Gehen wir mal kurz noch mal das Rezept durch. Sehr schön! Jetzt ist es noch am Schlachtfeld mit dem Typen, mit dem wir was besprechen müssten und anschließend erklären wir dem Kastellan, dass wir fertig haben. Aber ich verstehe mir noch nicht genau, was er mit Todesatem meint. Chemie, Mannertrank... Ah, okay! Machen wir mal vier Stück! So! Grüß dich, Fremder! Hast du Kilian gefunden? Ich bin Kilian in einer Höhle in der Nähe des Holzfällerlagers begegnet. Er hat dort vor Wölfen Zuflucht gesucht, die er für Dämonen gehalten hat. Wölfe? Dämonen? Bist er wohl auch? Keine Sorge, es waren nur einfache Wölfe. Jetzt sind sie tot und dein Neffe dürfte inzwischen in der Burg angekommen sein. Danke, Fremder. Danke. Meine Schwester Semele hat bereits um sein Leben gebangt. Hier, nimm das. Es ist nicht viel, aber es wird dir gute Dienste leisten. Sei mir gegrüßt. Was auch immer ich bekommen habe. Es hat immer noch nicht... Achso, ja, das wäre ja jetzt schon der zweite Level Aufstieg. Diese Sitzung. Ich wünsche ich, ich könnte mich porten. Ich will mich echt porten können. Das Hypot-System in diesem Spiel ist letzte Scheiß. Ernsthaft? Äh... Das war's für heute. Okay, da hat kein dieser Zambären. So, jetzt bist du tot und deine Mistetaten seien gesühnt. Oh, die Sonne scheint schon wieder durch. Tja, das war wohl nix mit Regen. Oder hat es geregnet? Achso, es hat hier, glaube ich, geregnet, oder? Ah, ich erinnere mich nicht mehr. Im Spiel wechselt das Wetter so unrealistisch schnell. Und das da unten könnten tatsächlich die Wildschweine sein, die ich hier jagen muss. Bist du schwer? Okay. 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 Ach, ich stelle sie jetzt einfach mal von Mann zu Mann, äh, von Mann zu Sau. Ah, die haben auch nix. Vollgefressen, schwarzer Keiler. Ähm, zack. Zack, zack. Ah, tot, endlich. Nix. 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 Ach so, die haben die, sollte doch eigentlich angezeigt werden, ob die, ah, Mann. Äh, bittere Medizin. Ah, hab sie. Bring die Nüsse zu Gold, ja. Wunderbar. Warum sagt man nämlich gleich, dass man das nicht sehen kann, ob die, ach, egal. Ich geb's auf. Das ist wieder ein Fehler, den das Spiel gemacht hat. Eigentlich sollte ich mir die Sache mitschreiben, die mir in dem Spiel gefallen und nicht gefallen haben. Also das vergesse ich jetzt am Ende noch. Hm? Äh, verkack eiert mich nicht so. Na schön. Na schön. Ich geb auf. Geh jetzt einfach zu Seroseburg. Und da braut sich schon wieder was zusammen. Echt, wie schnell sollen da das Wetter noch wechseln? Ich bin weggelebt. Ich werde das Run essas zu sehen. Wir verwerfen in der Welt. Ich werde das mit seiner Bedeutung in der Welt, was ich bin also aus. Es wird Toynisch geboren. Es wird sich immer wieder verletzt. Ich werde das Kilo verletzniere. Ja, erblicke das Ziel unserer Bemühungen, die Burg des Silbersees. Tschülvi! Tja, die Goblins gehen mir langsam auf den Sack. Scheiße. Die Büßerschlucht? Komischer Name. Dort lässt Lord Gavan seine Gefangenen in Käfigen schmoren, bis sie ihre Taten bereut haben. Kein Ort, wo du enden möchtest. Eure Gilde scheint nicht in der besten Verfassung zu sein. Die Gilde existiert nicht mehr. Unser Großmeister Kraglan ist verschollen. Einige Waldläufer sind mit Beginn der Schlacht nach Westen geflohen. Die meisten sind mit Lord Gavan in den Krieg gezogen. Bislang ist niemand zurückgekehrt. Ich hab Kraglan getroffen. Er lebt! Wirklich? Wo ist er? Er sucht auf dem Schlachtfeld nach Überlebenden. Endlich mal eine gute Nachricht. Danke. Ich hol dir die goldene Pfeilspitze. Sag mir einfach nur, wo ich die Höhle der Goblins finde. Sie ist im Osten von hier. Ganz in der Nähe. Gut. Also, ein kurzer Schnitt. Bis zur nächsten Episode. Wir sind schon über der Zeit. Also, bis dahin. Bis zur nächsten Episode. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.